das die wir sehen wir sind doch wir müssen wieder zurück explodiert ja gar nicht ach wir sind schon da hier ist auch hier ein Automaten verwacht zu kaufen und schwarzes Brett was Neues da muss ich den auch noch tun hier auch so einiges ist hier Neues schreckt mich nicht so schwarz annehmen annehmen erstmal will ich alles verkaufen was ich hier an Schwann habe so gibt es schöne Wetter neu ach verlockend verlockend aber mei ist besser Schreie doch nicht so ist doch nur gestorben zwei Paare verkaufen Verkunft für die Kurse ab in die Kurse ich glaube es will ich verkaufte jetzt mal gucken alles verkaufen 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 so war dann mal hier Waffen ich will verkaufen das geht so ne die Sniper die will ich nicht oder wie war das wie als so wie ausgüpfst aus dem Eipaar zumal da die Wien behalte ich auf jeden Fall das halte ich auch die halte ich sowieso die Repeater halte ich auch Moment die Swotter kann weg Sniper Rift Goa die Quest kenne ich sogar noch das Muckst du auf du Level 3 Typ Pussis die macht 91 Schaden achte das ist ein Revolver na dann später von einer Quest bekommen wir nur richtig geilen Revolver aber nur einer bekommt den glaube ich das ist schade ja richtig OP der kann weg was ist das hier halte ich müssen wir hin kann da ich glaube wir müssen in neue 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 Gebiet kann ich ja einfach so hinfahren und bis hier mitgepolt ja Moment ich kaufe jetzt vielleicht noch was ist das denn terrible shotgun 1730 ich kann so gut Auto fahren das ist ein Snipper oder was super mit Schülern ich glaube ich so schöne Waffen waren das ist aber gar nicht ich habe eine bessere als die schocken wir haben sich und so hoch ja ich muss einfach haben diese Rags erschrocken egal warte ich hier so was haben wir hier rote noch mehr oder was so wie soll ich die ja ich bin ganz falsch ich bin ganz falsch so da will ich die Case Wave kann ich da rein Ticket immer dahin jetzt lang nachher soll das geht so dann will ich noch die Peter was ist das jetzt das ist wie die Ticket 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 13 ich bin level bin ich nicht damit an ich bin 12 ich hatte ich habe doch dafür abgabt wenn du was verkauft ich glaube wenn du dann denkst auch Faktos wird behalten ich glaube die Kassel wieder zurücknehmen ja besser es wird er gibt hier bin ich noch richtig ne da wir müssen wieder hin rein wo wir eben gerade aber direkt bist du bereit kann ich rein so machen wir so 2 die Tüte ist die Tüte sagt die Tüte 1 und 2 er wird hier alles Klinik aus Gäxel ich anfälliger Gegner Kompang das erlöschte Fasch irgendwo gehört stimmt der Stimme Gott lief doch bei RTL ja was zum wir sollen eine Waffe quasi zusammenstellen Okia und die Teile davon so gut ich hab Angst naja das ist doch das ist nicht hier nicht schade aber ich muss sich in Rufe ich hätte an den vorbei ich hab keinen Bock auf die kommen einmach ich glaube ich hab keinen Bock auf euch ok vielleicht doch nicht das müsste lieber nicht schnell lauf 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 hast du das der ist oh ne ist das so langer Weg loo geht tot geht tot geht tot speicher und aktivieren speicher und aktivieren und aktiviert pisstig ich hab hier lang ja muss ich oh ich komm ich glaub ich wollte zurück Alter so tot kommst du klar oder was war das denn hier ach der war hinter mir ja natürlich dann kommst du wieder von hinten naja du bist gleich tot ey sag ich dir ok und alter lauf doch nicht weg krass wo ist der da ich renne mal weiter und hol da oder steil joe ich wette wenn ich das einsammele ist das teilen oder hintermarsch der kommst du klar er wird mit nach uhr ja alter wieso hat er denn so die hält ja viel aus ich schieße lieber meinen Kopf älte ich glaube das schaffe ich schon gar nicht mehr wenn ich zurück zurückglauben würde ich glaube alter jetzt geht es auch nicht weg n nenne ich bin ich sehr schnell nein meine Waffe soll er ab nicht gut überhaupt nicht gut scheiße und für die habe ich auch noch einen Schuss aber warum für die habe ich noch genug Schuss für Strafe muss das zu zahlen oder Gebühren oder was weiß ich nicht hingekommen warte wo muss ich hin muss ich da hin wo muss ich hier oben ach ja ich muss da alter ist das hier ja ne das war schon ein anderes das eigentlich ist irgendwo an doch da unten ich komme ich komme es ist boah scheiß Wex doch da um bist du der Achtung jetzt hat er auch so knallenharder Psychopath der mit dem komischen Arm ey 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 alter den schaff ich nicht mit der Pissi die Läden haben neues Inventur hier vielleicht alter in der Toilette glaub ich oder ne wo ist der fett ey das geht nicht ja fuhr wo ist denn das macht boah scheiße weg 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 hoges er. ich. 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 Nein, ich würde sterben. Oh, stirbt, stirbt sogar. Stirb, stirb. Ah, verdammt. Egal, los, 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 los. Schneller, 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 komm, 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 komm. Nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bist du in der Nähe von mir? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Du schaffst das. Alter, 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 alter. Du wirst es schaffen. Ich stehe vor dir, oder? Ich blockiere es, oder? Oh, das war knapp. Alter, der ist jetzt dein Haus. Bist du da festgepackt? Ja, das gefällt mir. Das musst du nicht mehr machen. So, so steht es auch noch. Ah, lappen. Oh, ja, wie fühlt sich da an? Wie fühlt sich da an? Jetzt bist du tot. Boah, das gibt's doch nicht. Was explodiert denn hier? Meine Güte. Das ist ein Shotgun? Ich bin tot. Nee, Maschinengarn. Ach, da bist du. Und zack. Das explodiert hier ständig. Ich sehe nichts, was explodieren könnte. Das war doch so eine scheiß Stelle, wo das Teil liegt. Ich erinnere mich, dass ich das mit einer Freundin gespielt habe. Wir haben lange gebraucht, um das zu finden. Das Teil. Ach, wir haben immer noch... Wer hat da gerade Hurensöhne gesagt? Was? Irgendeiner von den Typen hat gerade Hurensöhne gesagt. Ja, den musst du tot machen. Oh, jetzt ist jetzt das Video ab 18. Hehehehe. Noll. Das ist ein anderes Beier. Aber immer noch nicht das, was hier eigentlich leuchtet. Oh, ich krieg von überall Schaden. Das gefällt mir aber nicht. Das stimmt doch wirklich nicht. Moment. Hallo, ich sterben, Mann. Hier. Meine Güte. So. Hast du verdient. Hier oben. Nein. Kann man da noch? Mensch, muss ich da irgendwo sein. Oh, ich brauche Munition. Frau. Was ist das denn? Ich halte zweifel... Was habe ich... Na. Du hast ein Dings angesammelt. Ah, geil. Wo ist das denn? Das ist doch hier irgendwo. Hehehe. Nein, nein. Hier ist ein Klo. Mit Munition. Das finde ich gut. Hier ist auch noch Munition. Das finde ich auch gut. Und hier auch noch. Oh, das ist gut. Hier außen? Was haben wir da? Munition. Irgendwo hier muss es sein. Da liegt was. Da liegt was. Aber das ist es nicht. Hä, wieso komm ich da nicht? Geht doch. Was ist das denn? Ach so, was ist das? Hä, explosive Klebe. Oh, ne Klebe. Kletter. Hm. Das ist doch hier irgendwo. Irgendwo da ist es. Ist das nicht hier. Oh, Munition. Das finde ich gut. Hä? Wo war die mich? Munition. Alter, im Klo ist echt geile Munition. Muss ich sagen. Muss ich gleich mal hier im Badezimmer nachgucken. Ja, Mann. Ja. Muss ich auch mal nicht auf Klo gehen und dann gucken? Ja. Ja. Ach, verdammt. Und als, als, ähm, als Gegenleistung lasse ich dann da auch was Schönes da. Ja. Ja. Kleines, schönes Geschenk. Mhm. Das muss hier doch irgendwo sein. Einfach. Ich wollte mich verarschen. Ich werde, die Zuschauer hier haben schon 20 Mal gesehen und schreien, oh, ihr Vollidioten. Ja, genau. Ah, dann müsst ihr uns das sagen, ne? Und ich bin unten. Wieso häng ich hier fest? Nein. Nein. Moment. Moment, ich komm, ich komm wieder hoch. Ja, ja. Nein, nicht. Ja, aber ich glaube, das Teil, das Teil war irgendwo drin. Ich, ich wette so bis an der gleichen Stelle wie ich damals, als ich gespielt hab. Das war genau hier. Ich bin hängen geblieben. Ich komm hier nicht mehr weg. Oh, einfach laufen. Toll. Scheiße. Ja. Einfach mal laufen. Einfach laufen, nicht hüpfen. Nicht so hektisch. Aber das muss ja doch sein. Ey. Was war da unten irgendwo? Ist das vielleicht dazwischen? Ich will auch's Haus. Stimmt, hier unten hab ich noch nicht nach. Gut. Was kann hier sein? Ja, das gibt's doch nicht, Alter. Alter. Ich komm hier. Wieso komm? Ich häng hier fest. Hallo? Hallo, Mann, Mann. Hallo, Mann. Wo ist es? Ach so, jetzt. Nein, immer noch nicht. Ha, eigentlich. Ah, das muss hier doch sein. Ich glaub, das war irgendwo drinnen. Oder kann man, oder kann man vielleicht, warte. Kann man vielleicht, wenn man hier oben ist, noch mehr? Vielleicht da oben drauf? Wo oben? Oh, ich bin gerade in ein Feuer gesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Aber das könnt ihr da liegen. Oder liegt das doch nicht? Ne. Aber ich hab hier bessere Aussicht. Wieso nicht? Vielleicht hier? Au. Nein, C. Genau da, wo ich stehe. Das geht nicht. Das war halt doch, glaub ich, irgendwo drinnen. Oh, ihr Kacknoops, ey. Da liegt es doch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo ist das denn? Alter. Wo ist die? Halt. Ich dachte schon. Moment. Wenn ich jetzt... Da. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube es.